Ich will sie haben. Wir werden dir ein iPhone besorgen. Nein. Okay, hier sind die Papiere. Unterschreibt sie bitte. Lori, komm rein. Oh, meine Eltern. Eine Millionärsfamilie. Unsere Tochter. Danke, bye. Bitte, das ist eine Karte von deinem neuen Haus. Was für ein großes Haus. Das ist der richtige Ort für die Konsole. Gut, und das ist der Platz für die Süßigkeiten. Aha. Aha. Es muss hier sein. Ein Hund. What? Ich bin kein Hund. Ich bin Lori. Autsch. Das ist das Hundezimmer. Äh. Okay. Und das ist dein Zimmer. Wow. Wie cool. Autsch. 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 Was ist denn? Oh, hier sind überall Diamanten. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde es hier so schön. Dad und ich sind so glücklich. Ah, guten Morgen. Danke. Guten Morgen, Miss Lori. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Guten Morgen und guten Appetit, Miss Lori. Gibt es etwas, das ich auch selbst tun kann? Sei einfach reich. Das wird schwer. Aber ich kann es schaffen. Oh. Oh, der Neues. Danke. Eine Motte? Eine sehr große Motte? Ja. Und der Name der Motte ist Lori. Das geht so nicht. What? Millionärstöchter bekommen die besten Outfits. Äh. Oh. Äh. Wow. Ah. Ja. Oh. Sick. Oh. 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 Au! Autsch! Sportlich? Oh, tut mir leid. Nein, definitiv nicht sportlich. Mom, es ist bequem. Und teuer. La 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 la. Meine Puppe. Wir werden jetzt Tee trinken. Oh, bitte nicht. Jetzt ist sie so gut wie neu. Warum schon wieder die Malediven? Na, willst du dieses Mal nach Marokko fliegen? Marokko? Das gefällt mir. Guten Morgen. Oh, Tee. Es war schön, bei euch zu sein. Tschüss. Schätzchen, macht dir keine Sorgen. Millionärsgeschirr. Ist Einweggeschirr. Ah, okay. Ah, okay. Hey. Wir sind nur Millionäre. Keine Milliardäre. Wir sind noch keine Milliardäre. 34. Nein. 50. Äh. 36. Wie viel ist das? Etwa 300 Dollar. Hier sind 500. Dad, warte. Ja, ja. Ich bin gleich da. Mom. Meine Assistentin wird dich anrufen. Oh. Was ist denn? Kannst du mir bei meinen Hausaufgaben helfen? Äh, klar. Nur eine Minute. Tada. Das ist deine Roboterhelferin Polly. Ich bin Polly, deine Helferin. Ich gehe jetzt. Bye. Der Unterricht ist nicht das Problem. Yay. Yes. Hm. Die Klettverschlüsse sind nicht das Problem. Hm? Ja. Zeichnen ist nicht das Problem. What? Hey. Spiele zu spielen ist kein Problem. Ah. Du bist das Problem. Yay. Guten Appetit. Danke. Ja, ja. Rosa Strassdoller. Was essen Kinder? Kartoffelbrei. Hm? Hm? Okay. Hm? 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 Ja, ja. Mit Strasssteinen. Abgemacht? Super. Hm? 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 Was ist es? Schatz, du musst lernen, mit dem Kind auszukommen. Hm? 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 Oh. Ah. Hm? 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 Zeit, Mom anzurufen. Ich hab schon mit Mom gemalt. Jep. Dann hol die Farm. Yay. Die Krawatte fehlt noch. Ja, du hast recht. Oh. Mr. Brandon, ich seh dich. Nein, ich bin Tyler. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Du bist ein guter Sicherheitsdienst, aber ein schlechter Schauspieler, Mr. Brandon. What? Dad? Fehlt nur noch die Krawatte eines Milneas. Schatz? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Nein. Happy Birthday to me. Yay. Happy Birthday to me. Also. Ja, ja, ja. Wo ist mein Geburtstagskind? Da ist sie ja. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Äh, Jessica. Danke schön. Wo ist Dad? Mach auf. Wow. Wie toll. Äh, wo ist Dad? Mach auf. Alles Gute zum Geburtstag. Ich bin auf einer Geschäftsreise. Gefällt dir dein Geschenk? Ja? Ich will, dass du hier bist. Immer geht dein Job vor. Ich bin's. Lass uns umdrehen. Ich gehe nach Hause. Schatz? Du gehst auf eine Geschäftsreise, oder? Keine Geschäftsreise kann meine Familie ersetzen. Jessica, komm her! Beeil dich!